Ich bin Julia und mache meine Lehre als Detailhandelsbachfrau EFZ bei Transgurme Protega. Ein Marktführer im Schweizer Grosshandel für Gastronomie. Bei uns ist alles ein paar Nummern grösser als im Detailhandel. Ich habe Einblicke in alle Abteilungen, erfahre viel über unser Sortiment und packe selber mit an. Unterstützt wird ich von unseren Berufsbildnerinnen. Lässig finde ich auch durch persönliche Kundenkontakte und den Austausch in unserem Team. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Dann bewirte dich jetzt!